Utthitaikapada Hastasana ist die stehende Hand zum Fuß Stellung. Utthita heißt stehend oder aufgerichtet, Ekapada heißt ein Fuß und Hastasana heißt Hand. Es ist die stehende Einfuß-zur-Handstellung, gehört zu den Gleichgewichtsübungen und zu den Vorwärtsbeugen. Ausgehend von der Stehhaltung beuge ein Knie, fass mit der Hand um den Fuß herum, zum Beispiel um den linken, und strecke dann das linke Bein aus. Und so hast du eine schöne Dehnung im linken Bein und gleichzeitig förderst du das Gleichgewicht.